Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video schauen wir uns alle Skins der nächsten Woche an. Es wird diese Woche by the way keine normale Rotation geben, da wir wie ihr wahrscheinlich schon wisst am Dienstag den ALGS Store und den Summer Sundown Sale bekommen haben. Alle Skins und andere Kosmetiken, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, sind also alle einfach nur neue Skins und Kosmetiken im ALGS Store und im Summer Sale. Wir beginnen hier jetzt auch direkt mal mit den neuen Skins für den Summer Sale. Der erste Skin ist der nagelneue Valk Skin, welcher finde ich wirklich extrem nice aussieht. Er wird aktuell einmal einzeln für 1800 Apex Coins und einmal zusammen mit 60 Packs für 6000 Apex Coins angeboten und das wird auch bis zum Ende des Sales so bleiben, also halt auch noch die gesamte nächste Woche. Außerdem haben wir aktuell ja noch den Mirage Skin vom Market Sale, einmal einzeln für 1800 Apex Coins und einmal zusammen mit 40 Packs für 3950 Apex Coins. Ab der nächsten Woche werden wir dann alle übrigen Skins des Market Sales bekommen, also die Skins für Lifeline, Platterhund und Wave. Auch diese Skins werden genau wie der Skin für Mirage einmal einzeln für 1800 Apex Coins und einmal zusammen mit 40 Packs für 3950 Apex Coins angeboten. Der Mirage Skin wird dafür dann entfernt. Das ist soweit auch schon alles, was sich am Summer Sale ändert. Beim ALGS Store wird jedoch auch noch einiges geändert und zwar bekommen wir 5 andere Rahmen, welche für andere Teams sind, als die, die die aktuell angeboten werden. Diese Rahmen sind für die Teams Navy, Align, G2, Liquid und Complexity. Auch diese Rahmen werden wieder jeweils 500 Apex Coins kosten und können natürlich auch wieder nicht nur für eine, sondern für alle Legenden ausgerüstet werden. Hierbei ändern sich dann natürlich auch wieder die Bundles mit den Rahmen, Waffenskins und Legenden Skins. Als erstes bekommen wir ein Bundle mit einem Lifeline Skin und einem Eva-8 Skin im selben Design, zusammen mit dem Rahmen vom Team Navy. Weiter bekommen wir ein Bundle mit einem Gibreiter und einem Longbow Skin, auch wieder im selben Design, zusammen mit dem Rahmen von Team G2. Außerdem bekommen wir auch noch ein Bundle mit Skins für Fuse und die Hemlock im selben Design, zusammen mit dem Rahmen vom Team Complexity. Ein weiteres Bundle beinhaltet einen Skin für Bangalore und die Sentinel zusammen mit dem Rahmen von Team Liquid. Das letzte der 5 Bundles enthält einen Skin für Krypto und einen für die Wingman zusammen mit dem Rahmen vom Team Align. Wie es aktuell auch schon ist, werden diese Bundles wieder jeweils 2150 Apex Coins kosten und auch wieder für 7 Tage aktiv sein. So und das waren soweit auch schon alle Skins und Cosmating für die nächste Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst sehr gerne noch eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren da und falls ihr neu seid, dann sehr sehr gerne auch ein kostenloses Abo. Aber gut, danke fürs zu Ende Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!